Und damit herzlich willkommen zu einem Infovideo zur Gamevention. Sollte einigen von euch jetzt ein Fragezeichen hochgehen, im Sinne von, ich habe noch niemals von der Gamevention gehört, ist das kein allzu großes Wunder, denn das ist eine Spiele-Convention, die das allererste Mal dieses Jahr 2019 stattfindet. In Hamburg, um es genau zu sagen. Also für mich ziemlich weit entfernt, aber, und nun kommt hier der Punkt, des Pudels Kern, dann, ich werde bei der Gamevention anwesend sein. Denn unter anderem, ihr dürftet ihn, glaube ich, noch kennen, GameDev Damian, derjenige, der auch hier die Bluecaster-Mission hier für Stronghold gemacht hat, in der ich ja irgendwie 18, 19 Missionen gelitten habe, irgendwie um den Dreh. Also auf jeden Fall, zu dem ich gute Kontakte habe, er ist einer der Veranstalter der Gamevention. Und hat mich eingeladen und ich gehe da jetzt doch mal hin. Bei der Gamescom wollte ich eigentlich auch hingehen, da kamen ein paar Sachen dazwischen. Ich denke mal, nächstes Jahr wird es mit der Gamescom endlich mal was. Aber an sich wird die Game-Menschen für mich, sowohl als hier, als YouTuber, als auch persönlich überhaupt, die allererste Convention sein, zu der ich hingehe. Dementsprechend bin ich da sehr gespannt. Und ja, ihr habt es ja gehört, ich gehe hin. Dementsprechend ist für euch alle die Möglichkeit, mich da zu treffen. Ich bin an allen Tagen da, also am 23. und 24. An sich sogar schon am Freitag, also wirklich hier den 22. davor. Aber das ist halt Fachbesuchertag. Und für alle, die daran interessiert sind, ihr findet in der Beschreibung einen Link. Und dort könnt ihr Tickets bestellen, um dort ebenfalls teilzunehmen. Wenn ihr gerade in der Nähe wohnt, passt das. Wenn ihr weit weg wohnt wie ich, dann habt ihr natürlich auch Möglichkeiten hochzukommen. Wird bloß ein bisschen schwieriger. Ich für meinen Teil fahre per Nachtfahrt 10 Stunden mit dem Flixbus hoch. Ja, ich habe da ein bisschen Spaß vor mir. Und musste auch für die Zeiten, in der ich weg bin, ein bisschen vorproduzieren und vormachen und alles außenrum. Und das ist zudem auch noch in der Woche, wo mein Geburtstag ist. Dementsprechend habe ich da ein bisschen Organisationsaufwand. Aber ich werde es hinbekommen. Und ja, alle Leute, die mich immer mal treffen wollten, können da hingehen. Und nochmal ganz kurz, was die Game Mention an sich ist. An sich steht es auch da. Guck mal, ich finde es auch ganz lustig, wie hier das Logo so mitkommt mit der Maus. Aber gut, die Game Mention ist, wie es hier steht, Community- und E-Sports-Festival. Also es gibt viele E-Sports-Veranstaltungen und Spiele. Es wird viele Community-Treffen geben. Es ist wirklich tatsächlich für Interaktionen von, Anführungszeichen, Influencern. Ich mag den Begriff nicht, aber ist halt so. Von Influencern mit der Community. Und was ebenfalls ist, darf man nicht vergessen, es ist trotz allem eine Spiele-Convention. Es wird auch jede Menge Entwickler und Publisher vor Ort geben. Welche kann ich leider nicht sagen, schon allein, weil ich es nicht weiß. Ich habe extra ein bisschen nachgehakt und es hieß, man darf es mir noch nicht sagen. Aber es gibt insgesamt 6000 Quadratmeter Ausstellungsfläche für Spiele. Das heißt, ihr werdet dort jede Menge Spiele probespielen können. Ihr werdet dort jede Menge zocken können. Da wird es jede Menge Möglichkeiten geben. Ich weiß bloß nicht genau, welche. Ich kann es euch leider nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Aber es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt viele Ausstellungsfläche. Es wird viele Spiele geben. Ich habe die Möglichkeit, mich zu treffen. Und ja, E-Sports-Veranstaltungen gibt es dort ebenfalls, Leute, die daran interessiert seien. 23. und 24. November. Das ist von jetzt an. Ich werde jetzt hier am Wochenende irgendwann... Ich glaube, morgen wird das Video kommen. Also jetzt am 9., wenn ihr es seht, ist es in zwei Wochen. Bisschen kurzfristig. Aber ja, ich habe das auch relativ kurzfristig organisiert. Für die Leute, die es interessiert... Ich meine, die Leute, die jetzt weiter weg wohnen, wie ich jetzt hier in Bayern wohnen oder vielleicht in Baden-Württemberg oder sonst irgendwo weit im Süden, wird es etwas schwierig werden. Für Leute, die sowieso in der Nähe wohnen, in der Nähe Hamburg, geht es vielleicht relativ einfach mal auf den Sprung vorbeizuschauen. Also gut. Das wäre es soweit gewesen, summa summarum. Ich werde vor Ort sein, an allen Tagen. Ich habe noch keine Ahnung, wie das Gelände ausschaut. Von daher kann ich jetzt nicht wirklich sagen, im Sinne von, hey, man trifft sich hier oder da. Ich denke mal, das Gelände ist übersichtlich genug, dass man sich so oder so sieht. Vor allem, wenn man den gesamten Tag da ist. Und ansonsten, ja, sagen wir es mal so, wenn irgendwo was mit Stronghold ist, wird man mich höchstwahrscheinlich dort sehen. Wenn nicht, werde ich vielleicht auf irgendeine Weise dir noch eine YouTube-Nachricht hinterlassen, wenn ich vor Ort bin. So hier die Benachrichtigungen und dort vielleicht schreiben, wo man mich finden kann. Gut, soviel dazu. Für alle Leute, die es interessiert, ihr findet einen Link zu den Tickets in der Videobeschreibung. Und das wäre es soweit gewesen. Ach ja, ich muss noch hinzufügen, für die Ticket-Verkäufe über diesen Link bekomme ich eine kleine Provision. Also, wollte ich nur erwähnt haben, bevor ich jetzt hier Abmahnungen reinflattern, weil der Anwältige gerne mal drauf schauen. Ich werde es schon markieren als Produktplatzierung, so ist es nicht. Aber lieber einmal mehr erwähnt, als hier plötzlich. Nun, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade versucht, irgendwelche Alliterationen herzubringen. Aber, sagen wir es sowieso, lieber safe and sorry. Okay, machen wir es lieber im Englischen, als zu versuchen, was hier im Deutschen rum zu friebeln. Aber gut, dann bedanke ich mich soweit fürs Zusehen. Man sieht sich vielleicht persönlich auf den GameMenschen. Es werden einige, also es sind sogar einige Leute aus der Community, die ich schon kenne, haben auch schon zugesagt, dass sie hinkommen. Also auch einige meiner Moderatoren und Leute, die ich persönlich kenne. Von daher wird es schon ganz interessant. Wer sonst noch so kommen will, ist natürlich herzlich eingeladen. Und ich bedanke mich soweit fürs Zusehen. Und bis zu weiteren Videos oder bis zur GameMenschen. Bis dahin. Bye-bye. 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 Vielen Dank.